Oh hey Leute und willkommen zu GTA 4. Ich bin jetzt immer noch darin verwickelt, mehr oder weniger, ähm, ja, klein wenig noch die Preise rauszufinden von, äh, Crime City. Und ja, theoretischerweise könnte ich es bei der Redmi nachschauen, aber trotzdem, ähm, es ist ja auch nur eine Teilaufgabe, wisst ihr, vor allen Dingen auch darunter noch Geld zu verdienen. Denn, nun ja, dieses Fahrzeug hier ist jetzt erstmal ein Banshee, ich bin mir da aber jetzt nicht allzu sicher, aber dadurch, dass jetzt jedes Mal dieses Puff-Geräusch macht, genau wie gerade eben, kann es eigentlich fast nur der, ja, Banshee oder Sultaness, sondern vom Geräusch her hört sich's eher wie ein Banshee an. Nun ja, und zwar, jetzt bin ich erstmal ein Alderney, klein wenig tätig, und auch noch als Pädelbär. Leute, es tut mir wirklich sehr leid, aber ihr müsst wirklich wissen, ähm, diesen Flauschibär kann ich einfach nicht draußen lassen, ne. Oh, meine Fresse, schwul, hätte ich schon fast nicht was sagen können. Wupsala! Oh, warte mal, diesen Audi A6, falls es ein A6 ist, äh, den könnte ich eigentlich auch mal probieren zu verkaufen, weil das Vanilla-Fahrzeug ist ein Stratum. Und bitte sag jetzt nicht, dass das Schwarzmarkt... Oh, meine Fresse. Ich hab so dieses dumpfe Gefühl, dass dieser Fahrzeugschwarzmarkt direkt neben der Polizeistation liegt. Okay, fast, aber trotzdem. Fast so... Ich wollte gerade eben schon sagen, mir darf man niemals ein schnelles Fahrzeug im echten Leben geben, Aber dann wiederum würde ich so etwas auch nicht mit einer, was weiß ich, mit einem schnellen Fahrzeug machen. Höchstens mit einem SUV, wenn ich ein bisschen lebensmüde wäre. Und, naja, ein bisschen auf der Suche, was auszugeben, indem ich die Reparatur bezahlen muss. Mensch, das ist eine tolle Ausrede. Wisst ihr was? Ich aktiviere wieder das Radar. Ich meine, ich liebe es einfach, das Spiel ohne Radar und hat zu spielen. Aber das Problem ist halt, ich bin ein klein wenig aufgeschmissen. Ich weiß, ein bisschen mehr als sonst. Nun ja, komm schon. Fahrzeugschwarzmarkt. Da, meine Güte. Aber trotzdem, so nah von dem Polizeirevier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich schlau nennen kann. 6542. Me like auf jeden Fall. Was könnte ich denn jetzt sonst noch probieren? Zum Beispiel diesen BMW 750e? Oder diesen SUV, glaube ich, habe ich eigentlich schon probiert. Obwohl, nein, ich habe die andere Version probiert. Weil das hier ist dieser Kavkalate. Ach, keine Ahnung, wie der jetzt noch... Ja, da steht es ja. Kavakalate... Ach Gott, das ist ein Zungenbrecher. Meine Güte. So, komm schon. Wie viel kriege ich für dieses Fahrzeug? Warte mal, ich habe das eigentlich schon mal abgegeben. Außer an anderen Preisen. Okay, 200... Äh, ne, 200... 2456. Schon mal sehr gut, wie ich finde. Aber, ich weiß nicht. Ein klein wenig wenig. Wenn man jetzt zum Beispiel auch GTA 5 Online als Beispiel nimmt. Okay, jetzt nicht für die ältere Version, für den Kavakalate, sondern den neueren. Da kriegt man ja 7000. Ja, Leute, ich weiß nicht. Das hört sich jetzt gerade eben wirklich verwirrt an, aber trotzdem. Das muss jetzt erst mal gesagt werden. Ah, Gott. Ja, ein Taxi könnte ich ja mal probieren. Obwohl. Ja, gerade kommt es mir eigentlich. Die Taxis haben eigentlich einen ziemlich großen Wert. Was mich eigentlich ein bisschen wundert. Was mich unter anderem auch wundert, dass ich nur noch 20 FPS non-stop habe. Das erinnert mich wirklich an damals. Als ich das Spiel noch wirklich, äh, jeden Tag mit neuen Mods zugenagelt habe. Ich weiß, Leute, das könnte man fast bei mir jetzt schon noch sagen, aber... Es war nicht so häufig, okay? So. Pff. Ja, genau das meine ich. 4548. Meine Güte. Ich weiß nicht, für ein Taxi ist so viel zu bezahlen, ne? Ich könnte mir jetzt eigentlich parat nicht überlegen, was jetzt, ähm, das Taxi an sich so teuer macht. Außer, man will unbedingt dieses bestimmte Ding da drin haben. Ach, wisst ihr was, Leute? Bevor ich es stundenlang erkläre. Na, den Bus lasse ich jetzt erst mal. Und den Suburban da hinten lasse ich am besten auch... Oh, ja. Jetzt schneide die Polizei, dass das hier falsch ist. Und hier ist noch nicht mal in der Nähe. Ich glaube, ich habe noch nicht den Preis von diesem Fahrzeug nachgecheckt und fährt zu sein, wundert es mich auch nicht ganz. Aber trotzdem, vielleicht sind sie ja ein bisschen was wert und wenn nicht, dann hatte ich wohl Unglück, schätze ich mal. Sechse! Okay, okay. Leute, wisst ihr, bevor ich jetzt erst mal hier diesen Preis gesehen habe, wollte ich noch irgendwas Sarkastisches sagen. Wie zum Beispiel, äh, bestimmt sind das die meistgefragtesten Fahrzeuge, die es gibt. Aber manst, 6400. Okay, das hier ist eine Speziallackierung. Aber trotzdem, was zur Hölle? Das ist ziemlich viel. Aber okay, wenn ich schon mal gleich dabei bin, kann ich ja mal diesen Hammer H1... Nein, nein, du warst jetzt nicht... Nun ja, wenigstens hat er gerade diesen Typen angefahren, was ja schon mal gut ist. Wirklich, das auch noch? Tut mir wirklich leid, Kamaru, aber, ähm, dafür kann ich jetzt wirklich nichts. Kann ich jetzt eigentlich da noch hoch ohne? Ja, ich lasse es mal am besten, weil ich bin mir nicht sicher, ob das, äh, allzu viel abzieht, wenn ich die ganze Zeit irgendwo drauf fahre. Um halt dementsprechend das Fahrzeug zu bestätigen. Oh Gott. Ja, genau, solche Momente meine ich. So, parke das Fahrzeug. 1300. Okay, okay, okay. Also, für ein, äh, ich schätze mal, dass es gerade ein Burrito war. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz den Namen von dem Wagen, aber... Ich mache jetzt das Vanilla-Fahrzeug, kriegt man 6400. Und ein Patriot. Ein Hammer H2. Kriege ich mal gerade. 1300. Okay, Leute, ich muss eins zugeben. Ich fühle mich jetzt schon leicht wenig verarscht. Vor allen Dingen fühle ich mich jetzt so verarscht, wie, äh, als ich diesen Cadillac Escalade abgegeben habe und gerade mal 72 Dollar dafür bekommen habe. Ich glaube, dass es 72 Dollar waren, aber trotzdem habe ich diesen Mod noch drin. Oh, Lordy. Dann habe ich jetzt erstmal was vor... Oh, ja. Ich habe schon das ideale Fluchtfahrzeug gefunden und so schlau wie ich bin, erschieße ich die nicht. Nein, nein. Oh, Gott, ich habe sie noch erwischt. Zum Glück. Oh, scheiße. Ähm. Im Ernst jetzt. Im Ernst. Äh, nicht laufen, zählen und schießen. Das ist, äh, nicht gut. Nicht gut für's Spiel, wie ich gerade eben rausgefunden habe. Also, Leute, bis gleich. So, Leute, willkommen zurück. Ähm, ich habe mich jetzt erstmal daran zunutze gemacht, dass jedes Mal bei dem Algonquin Safehouse, ähm, ja, die ganze Zeit Fels da rumstehen. Also, hier im Spiel, oder zumindest bei mir auf Farai 458. Ich glaube, ich bin sowieso dran vorbeigefahren. Japp, ich habe doch irgendein Logo schon an der Seite gesehen. Meine Güte. Oh, auch noch eine Camaro ZL1. Heute ist einfach nur mein Glückstag, wie es aussieht. Und, ah, well. Aber, ich werde jetzt erstmal nur dieses Fahrzeug noch abliefern und einen Geldtransporter überfallen. In der Hoffnung, dass ich dann dieses Mal mehr, äh, Glück habe als sonst. So heißen nicht, dass ich dann 15 Minuten dann versuche, vor der Polizei zu fliehen. Aber okay. 5.800. Ich könnte diesen Preis verstehen, warum es so niedrig ist, wenn jetzt zum Beispiel, ja, was weiß ich, man müsste jetzt bei den, äh, Luxuskarossen, ne, was weiß ich, ein Pilesender und die ganze Elektronik, äh, irgendwie umbauen oder was weiß ich alles. Dann könnte ich vielleicht sogar so niedrigen Preis verstehen, aber ich glaube, ähm, in dem Fall hat es nicht wirklich den Grund. Und wie gesagt, ich glaube es, aber ich weiß es nicht. Oh, Lordi. Camaro ZL1. Das wird jetzt erstmal lustig. Vor allem, was auch noch lustig werden kann, weil ich die Dustin vergessen habe. Äh, um halt überhaupt erst eine Bombe zu legen, um, ja, auch noch das Geld zu holen und was weiß ich alles. Aber ich glaube, das war X oder Z. Deswegen sollte das schon mal machbar sein. So. X. Äh, Z? Nein? Oh, okay. Sehr gut. Komm schon. Hinlegen. Also die Distanz muss jetzt wirklich reichen. Um jetzt natürlich hier Splitter zu entweichen, äh, knille ich mich so natürlich hin. Oder, naja, mehr oder weniger sitze ich mich so in meine Fresse. Ja. Komm. Boom. Boom. Die Pädelbär-Familie braucht Geld. So, meine Fresse. Oh, Gott. Anscheinend, ja, war die Stelle schon nicht mal ganz so schlecht, aber mehr Glück wird jetzt erstmal gebraucht. Okay, weiß jetzt nicht, ob das Z oder X ist, aber ich drücke jedes Mal beides. Warum auch nicht? Wohl, ich glaube, ein Baum dürfte eine bessere, ja, Verteidigung geben. Oh, ich kann mich sogar dran lehnen. Sehr gut. Komm schon, komm schon. Ja, komm, lauf dorthin. Du. Oh, meine Güte. Das hat ziemlich schmerzhaft geklungen. Aber okay. So, jetzt erstmal das Geld holen. Komm schon. Holen. Äh, holen. Äh, holen. Oh, ja, jetzt. Jetzt da. Komm schon, hinter mir ist eine Polizeieinheit. Bitte behalte dich. Oh, wow. Ich sehe nur Geldfetzen, aber das war's dann. Nicht. Mein Fluchtwagen. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Blablabla. 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 Okay. Ähm. Neuer Plan. Äh, Fluchtwagen auf jeden Fall. Und nicht erschossen werden. Okay. Ich nehme jetzt erstmal diesen Audi A6. Jetzt muss ich mal wirklich gucken, dass es ein A6 ist. Obwohl, das tut ja nichts zur Sache gerade eben. Komm schon. Komm schon. Sehr gut. Sehr gut. Äh, ich weiß, das ist gerade eben nichts zur Sache. Obwohl, ich gucke jetzt mal kurz beim Train an. Es interessiert mich, Leute. Es tut mir echt leid. So. Oder mir, nicht mich. Ja, Leute. Deutsch eben. A6 Allroad. Warte mal. Allroad? Ah, ich weiß nicht. Klingt ein bisschen komisch, aber ich weiß, was sie damit meint. Nur gut. Jetzt heißt es erstmal zu überleben. Was auch interessant werden kann, weil diese Brücke nicht den idealsten Weg hat. Huh. Gott. Gott. Ja, okay. Rückwärts. Rückwärts. Das tut's auch. Wow. Ich hab dieses Gefühl, dass die Lichter irgendwie unzerstörbar sind. Heilige Scheiße. Ja, die Lichter sind unzerstörbar. Und wie schnell ist dieses Fahrzeug im Rückwärtsgang? Also, jetzt bin ich schon klein wenig beeindruckt. Ja, das hast du sehr toll gemacht. Ja, ja. Ah, nein. Ich glaub, ich lass mir lieber diese Idee. Und zwar, ich wollte mich jetzt grad mit Höchstgeschwindigkeit hier ranlehnen, um, dass ich jetzt erstmal raus schieße ins Wasser. Aber das Problem ist, da unten gibt es nicht wirklich ein Boot. Und dementsprechend werde ich dann auch sehr bald von der, ja, Polizeipatrouille im Wasser oder von dem Helikopter. Oh, naja, getötet. Darauf hab ich jetzt wirklich nicht Lust. Ich muss jetzt wirklich gucken, wie schnell das Fahrzeug ist. Das ist ziemlich abnormal. Oh Gott. Genau diese Logik fand ich so lustig. Und zwar, ich hab ja bei RCPDF-A diesen Audi, ich glaub, das war entweder ein S5 oder irgendwie so, ähm, der hat eine langsame Beschönigung, eine komische Bremse, also zumindest das Verhalten beim Bremsen. Und die Höchstgeschwindigkeit, ja, war eigentlich auch grad eben nicht die Beste. Aber hier, dieser Audi, der übertreibt schon fast. Als hätte er beinahe beide Motoren bekommen. Jetzt so ganz verrückt gemeint. Oh Gott. Rein, 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 ihr habt mich nicht gesehen, ihr habt mich nicht gesehen. Ja, sehr gut. Oh Gott, ich hasse es, wenn du spielst. Mir hier die, oh, jetzt ist es sowieso weg. Aber, jetzt mal, wenn ich eine Kamera aussehe, will ich die klauen, ne? Ich weiß nicht, ist bei mir irgendwie so ein Instinct, den ich einfach nicht abschalten könne. Um ihn halt eben zu sammeln. Nun gut. Jetzt tue ich erstmal die Kamera weiter weg. Und dann erstmal zum ATM am Flughafen fahren. Dadurch, dass ich eh vergessen habe, wie viel ich bekomme, äh, freu ich mich jetzt schon mal drauf, wie viel ich jetzt bekommen werde. Und währenddessen probiere ich mal hier, wie schnell das Fahrzeug fährt. Und versuche mich nicht zu tränen. So, komm schon, beschleunigen. Also die Beschleunigung ist echt abartig, auch wenn die KMH-Zahl jetzt nicht abartig hochgeht, aber trotzdem. Oh Gott! Wenn ich jetzt irgendwie rausknall, bin ich am Arsch! Uh! Nein, 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 nein! ATM, verrate mir, wie viel ich verdient habe. Ähm. ATM? Ähm. Äh. Also. Ich weiß, dass ich jetzt nicht direkt in die Tasche rumgeschliffen habe, aber. Wirklich jetzt! Ich hab doch das Geld geklaut. Ich hab gedacht, der hat sich irgendwie in seine imaginären Taschen reingesteckt. Oder irgendwas, keine Ahnung. Okay, ähm. Okay, ähm. Also, das war ja doch mal eine reine Aktion. Also, mit leeren Händen vor allen Dingen auszugehen. Nun ja, ich schätze mal, ich schätze mal, nicht jeder Tag kann wohl erfolgreich sein. Ja, diese Husten ist ja immer so schrecklich. Also, Leute, das war jetzt erst eine weitere Aufnahme von GTA 4. Ich hoffe, ihr hat's gefallen. Und jetzt will ich dann erst mal sagen, bis später. Ja, ich schätze mal. Also, bis später. Bis dann. Verweigert! Selbstständig! Fuck me!